Wie mal vorher auf die Idee kommen, was zu essen? Nö. Unten konntest du ja noch verstehen, da war ja nix. Aber hier? Das hier ist ja wohl der reine Überfluss. Hier muss es doch wohl was zu essen geben. Na, klasse. Komm, Kleiner, komm. Hier drin gibt's bestimmt was. What the fuck? Nein! Wir sind so tief. What the... Fuck. Was habe ich... Wieso? 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 Ich mach'n kurzen Cut. Okay. Ich bin wieder zurück. Ich hab' mir was zu trinken geholt, weil... Ich musste das jetzt erstmal irgendwie versuchen zu verstehen. Wieso? Was hat er für einen Grund gehabt, dieses Männchen anzufallen, anstatt die Wurst zu essen? Was gab es für einen Grund? Ich versteh' den Sinn dahinter nicht. Ich versteh' ihn wirklich nicht. Das... Ich... Ich kann's nicht nachvollziehen. Das... Das erschließt... Darüber hab' ich jetzt gerade eben die ganze Zeit nachgedacht. Ich weiß nicht wieso. Ist das ein Fisch? Ist das ein Fisch? Oder so? Heh. Okay. Na gut. Bringt ihr nix. Hier ist nix. Oh Gott. Ach du Scheiße. Jetzt sind wir bei ihr? Oder geht sie jetzt nur da rein? Ich glaub' sie geht nur da rein. Das hat noch nichts mit ihr zu tun. Da ist nix. Okay. Ich glaub' wir müssen jetzt zu ihr hoch. Also an den... An den vollgefressenen Typen sind wir auf jeden Fall mal vorbei. Wie's aussieht. Wir müssen jetzt hoch zu ihr. Jetzt müssen wir erstmal an den Aufzugknopf kommen, ne? Ja. Müssen wir. Aber wie? Schau'n. Hochziehen ist nicht. Wartet mal. Die Türen. Da können wir hochklettern, ne? Ne, auch nicht. Nicht mal an den Türen können wir hochklettern. Aber da können wir hochklettern. Die Frage ist, was... Was uns das bringt. Klar, wir können alles hier runterwerfen. Was nützt uns nicht viel. Moment, können wir den Schrank schieben? Das ist ein bisschen schwer, ne? Um ihn zu schieben. Vielleicht können wir ja auf der Dose stehen. Oder wir können einfach mit der Dose da draufwerfen. Ja. Ich hab'n bisschen Schiss. Ich versteck mich mal. Vorsicht zu haben, hier. Okay, da ist niemand drin. Nach den letzten... Sachen, die so passiert sind, hab' ich sowas jetzt eigentlich erwartet. Und damit sind wir jetzt, glaub' ich, auch schon in der letzten Stage. Ich glaube tatsächlich. Alter, ich hab' grad gedacht, das ist die schon. Die steht da irgendwie. Der Spiegel ist zerbrochen. Aber wisst ihr, was ich... Was ich für mich nicht... Also, ich bin immer noch am überlegen, warum er gerade eben das Männchen gegessen hat. Hat ihn das Ganze jetzt... Ich versteh... Ne, ich versteh's nicht. Weil normalerweise das, was wir hier gerade spielen, dieses Kind oder was auch immer das ist, das gehört ja wirklich zur untersten, untersten, untersten... Schicht... der Nahrungskette. Quasi das, was für uns Menschen Tiere sind. Die werden gejagt, die werden geschlachtet. Dieses... Dieses Geschöpf ist normalerweise das unterste vom untersten und... Dann gibt es ein anderes Geschöpf, was zu ihm hält und es bringt es um? Wieso? Wofür? Warum? Wenn es doch die Wahl hat. Bei dem... Bei der Ratte konnte ich's... Weiß ich nicht. Irgendwo noch nachvollziehen. Aber... Nicht jetzt gerade eben. Da hat er die Wahl zwischen einem Würstchen und diesem Vieh. Hört ihr das? Ich meine jetzt nicht die Uhr. Ist die hier am Singen? Wir brauchen wieder einen Schlüssel. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich hoch und da ist sie wahrscheinlich. Es wird immer lauter. Oh, diese Uhr. Diese verdammte Uhr. Ah. Ben. Ah. Das heißt, wir müssen uns bis jetzt heilen. Andench. Und da ist es das. Die Basis Und da, die CD irgendwie, die müssen wir runterwerfen. Die Blase müssen wir runterwerfen. Dann müssen wir unter das Bett und müssen in den Nebenraum. Es passiert nix. Warum passiert nix? Es müsste jetzt eigentlich kommen. Es ist weg. Wieso ist sie weg? Wieso ist sie weg? Wo ist sie? Und wo ist der verdammte Schlüssel? Ich dachte, der liegt hier drauf. Scheiße. Oh, die versteckt sich. Die ist irgendeine von diesen Puppen oder die ist im Schrank. Alter, was passiert hier? Sogar die Uhr hat aufgehört zu schlagen. Ist die Tür auf? Die Tür ist noch verschlossen. Ist sie jetzt hier? Ey, ohne Scheiß. Ich wette, die ist jetzt irgendeine von diesen Puppen getarnt. Ey, ohne Scheiß. Ich... Boah. Wo ist der Schlüssel? Ich will hier raus. Der Schlüssel muss irgendwo oben sein. Ich bin vielleicht dran vorbei. Ich komme auf jeden Fall nicht da durch, solange ich den Schlüssel nicht habe. Aber wo ist er? Ist er vielleicht hinten in ihrem Schlafzimmer? Oder ist er in der Uhr? Ne. Das wird zu banal. Alter, ich habe so Schiss, gell. Diese verdammten... Puppen... Sehen halt aus wie sie. Ist hier irgendwo der Schlüssel? Oder ist der Schlüssel... Der Schlüssel ist in der Vase. Ach du Scheiße. Ich wette, wenn ich jetzt laufe, dann wird irgendwas getriggert. Sobald ich jetzt den Schlüssel in der Hand habe. Alter. Haa. Boah. Oh, die war hinter der Tür. Die war hinter der Tür, oder? Alter, die war hinter der Tür. Alter, lass den Schlüssel nicht fangen. Nimm ihn... Nimm ihn und geh durch die Tür. Durch die Tür kann sie nicht gelaufen sein. Oh, die war hinter der Tür. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, Scheiße! Oh, Mann. Nein. Diese Scheiße mit dem Rutschen. Okay, okay, okay. Lauf, 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 lauf.